Ja, hallo! Hier ist wieder euer Tilly! Und heute zeige ich euch, wie ich ein Bild, ein Geburtstagsbild für meine Sis male. Und ein Sis ist eine Schwester, eine große Schwester. Und jetzt ziehe ich mein Kittel an von der Schule. Und jetzt nehme ich die Farbrolle und mache sie hier in die blaue Farbe. Das ist eine weiße Leinwand und ich male die jetzt blau. Und schön verteilen, sonst ist die Farbe ganz dick hier drauf. Und jetzt mache ich die Farbe. Und jetzt habe ich hier oben alles schön angemalt. Ihr fragt euch bestimmt, warum hier ein Karton drunter ist. Weil ich jetzt den Rand male. Und dass ihr nicht so lange warten müsst, bis die Farbe trocken ist. Schnappt euch einfach einen Föhn und trocknet es trocken. Und das mache ich jetzt. Und jetzt ist die Farbe getrocknet. Und meine Mama hat ein Anker selber gemalt und ausgeschnitten. Und ich spure ihn jetzt nach. Und dann male ich ihn noch an. Dafür braucht man einen weißen Stift. Und ein Pinsel und weiße Farbe. Hier nehme ich jetzt den weißen Stift und schüttel ihn einmal. Und halte es hier oben fest. Und jetzt habe ich das hier nachgespurt. Und jetzt nehme ich das weg. Und dann sieht es so aus. Und jetzt nehme ich den Pinsel, tauche ihn in die weißen Farbe, streiche ein bisschen ab und male das dann schön aus. Und jetzt habe ich schon ganz viel gemalt. Und jetzt male ich weiter. Und jetzt habe ich schon fast fertig, nur noch diesen letzten Strich. Und dann ist der Anker fertig. Und dann lasse ich es ein bisschen trocknen. Und jetzt malt Mama meine Füße an. Und gleich kommt es auf ein Bild. Und der erste Fuß ist jetzt drauf. Und der erste Fuß ist jetzt gewaschen. Jetzt kommt der zweite dran. Und dann zeigt Mama mir den anderen Fuß an. Und gleich mache ich den anderen Fuß da drauf. Und das kitzelt richtig, wenn Mama das anmalt. Und ich muss dabei lachen, Amy. Und gleich ist das Fuß fertig. Und so sieht das Bild aus, wenn beide Füße drauf sind. Und ich mache gleich das Datum und meinen Namen drauf. Und jetzt noch. Das ist das Datum. Und jetzt mache ich meinen Namen drauf. Das ist mein Name. Und damit ist mein Video beendet. Abonniert meinen Kanal. Gebt mir bitte, bitte, bitte. Und achtet mich an mich hoch. Tschüssi. 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 Tschüssi.